Ein Befall mit Vorrats- oder Kleidermotten kann in jedem Haushalt vorkommen und ist kein Zeichen für mangelnde Hygiene. In den meisten Fällen werden sie mit der Einkäufe eingeschleppt. Die natürlichste Art, diese Motten zu bekämpfen, ist mit dem Einsatz von Schlupfwespen. Diese Schlupfwespen sind mit 0,3 mm winzig klein und parasitieren die Motteneier oder Larven. Die Schlupfwespenart Trichogramma evanescence ist ein effizienter Gegenspieler der Motten und wird für diese Bekämpfung eingesetzt. Schauen wir uns doch kurz an, wie der Vorgang genau funktioniert. Wie alle Insekten durchlaufen auch die Motten verschiedene Entwicklungsstadien. Das geht vom Ei zur Larven, die eigentlich Schaden verursacht, über die Puppe bis zur ausgewachsenen Motten. Wenn die Motten im Ei-Stadium ist, kann man mit Schlupfwespen eingreifen, weil die Schlupfwespen die Motteneier parasitiert. Aus diesen parasitierten Eiern schlüpft schlussendlich keine Motten, sondern eine Schlupfwespen, die sich anschliessend selber wieder auf die Suche nach Motteneier macht. Die Schlupfwespen sind mit bloßem Augen kaum erkennbar und sie verschwinden nach der Behandlung allein. Bevor ihr mit der Behandlung anfängt, solltet ihr zuerst herausfinden, wo der Befall genau stattfindet und um welche Motten es sich handelt. Bei einem Befall von Lebensmittelmotten erkennt ihr das an Kotkrimen, an Gespinst oder natürlich auch an der Larven selber. Bei Kleidermotten ist das auffälligste Merkmal Löcher oder eben auch Larven in und an den Kleidern. Befallene Lebensmittel sollten entsorgt werden und gefährdete offene Lebensmittel sollten in luftdichten Powder versorgt werden. Gefährdete Kleidung sollte man wenn möglich 60 Grad waschen oder mehrere Tage eingefrieren. Ein Teppich sollte man gründlich ausklopfen und in die Sonne hängen. Als zusätzliche Massnahme können Pheromonfallen eingesetzt werden. Diese wollen männliche Falter und dienen zur Überwachung eines Befalles. Während der Behandlung mit Schlupfwespen sollten die Falle aber aufgehängt und nicht aufgestellt werden, weil sonst auch die Schlupfwespen dranbleiben. Wenn ihr nicht sicher seid welche Mottenart ihr habt, könnt ihr sie vor der Behandlung auch zur Bestimmung verwenden. Nach der Behandlung könnt ihr noch einmal Falle aufstellen, um überprüfen ob wirklich alle Motten weg sind. Falls nicht, sollte man das Schlupfwespenprogramm gleich anschliessend verlängern. Wie funktioniert so ein Programm? Nach eurer Bestellung schicken wir euch die Schlupfwespen in diesen Karten zu. Pro Karten sind ungefähr 2400 Puppen enthalten, woraus dann die Schlupfwespen schlüpfen. Weil die Motten nicht immer alle im gleichen Entwicklungsstadium sind, muss die Behandlung über einen längeren Zeitraum durchgeführt werden. Bei Lebensmittel-Motten schicken wir euch viermal im Abstand von je zwei Wochen neue Karten zu und bei den Kleidermotten achtmal im Abstand von zwei Wochen. Auf dem Versandcouvert findet ihr weitere Informationen zu den Schlupfwespen. In kühlen Räumen, wie zum Beispiel im Keller, kann es sein, dass sich der Lebenszyklus der Motten verlängert. Durch das werden je nachdem mehr Wiederholungen der Trichokarten notwendig. Pro Schrankfach oder Schubladen, wo es Vorrats- oder Kleidermotten hat, legt man eine Karte aus. In Kleiderschränken ohne Abdrängung legt man pro Laufmeter und 2 Meter Höhe ungefähr vier Karten aus und hängt sie an Kleiderbügeln auf oder legt sie zwischen die Kleider. Die Karten müssen in Kontakt mit den Kleidern sein und sollten immer nur zur Nahrung der Motten, also zu den Lebensmitteln und Kleidern gelegt werden. Wichtig ist auch, dass man alle möglichen Befallsorte mit einbezieht und auch dort die Karten auslegt. Bei Kleidermotten zum Beispiel der Teppich, die Vorhänge oder die Sofa. Während der Behandlung ist es wichtig, dass man keine zusätzlichen Insektizide und auch keine Lavendusäcke anwendet. Es ist auch gut zu wissen, dass der sichtbare Effekt erst gegen das Ende der Behandlung zu sehen ist. Beim Erhalt sollte die Kauwehr möglichst schnell aus dem Briefkasten genommen werden, weil die Schluckwespen sonst wegen zu tiefen oder zu hohen Temperaturen schaden können. Kalte Temperaturen beim Versand sind weniger gefährlich. Für einen Befall noch schneller und effizienter zu behandeln, könnt ihr eine zusätzliche Schluckwespenart einsetzen, die nicht die Eier, sondern die Larven parasitiert. Bei Lebensmitteln sind das die Habro und bei Kleidermotten sind das die Pari-Schluckwespen. Pro 10m² sollte man eine Röhre einplanen. Auch hier sollte man das Kauwehr beim Erhalt möglichst rasch aus dem Briefkasten nehmen und mit leicht geöffnetem Deku in den Raum stellen. Anders als bei den Trichoschluckwespen liegen hier insgesamt zwei Lieferungen. Die erste bestellt man idealerweise mit der ersten Trichokartelieferung und die zweite folgt nach vier Wochen. Ihr könnt auch mehr Einheiten pro Lieferung bestellen, je nach Grösse des BV. Jetzt wisst ihr, wie Motten auf biologische Art und Weise bekämpft werden können. Diese und weitere Informationen sowie alle genannten Produkte findet ihr unter biogarten.ch Jetzt hoffen wir, dass ihr eure Mottenbelage in den Griff bekommt und wünschen euch viel Erfolg bei der Behandlung.